Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen, die Bourgeoisie und das Proletariat. Und? Zufrieden, Karl? Was hätte ich denn tun sollen? Den Mund halten? Mich zensieren lassen? Mich mit Anspielungen begnügen, so wie ihr das macht? Karl, darf ich vorstellen? Friedrich Engels. Sie kennen sowohl die ärmsten der Armen als auch die einflussreichsten Kreise der Bourgeoisie wie ihre Westentasche. Cheerio. Gemeinsam könnt ihr eine Armee aufstellen, die mit der Zeit größer wird und dadurch unbesiegbar. Auf Befehl des Premierministers François Guizot im Namen des Königs werden sie des Landes verwiesen. Um wohin zu gehen? Heutzutage ist ein Mensch, der nichts hat, nichts wert. Das Geld macht seinen Wert aus. Und das spürt ihr am eigenen Leiden. Jeden Tag. Jeden Tag. Aber der preußischen Botschaft gibt es nicht gefallen. Für die habe ich es ja nicht geschrieben. Ich hoffe, dass ich diese alte Welt sehr bald zusammenbrechen sehe. Ich will frei sein. Und ich will kämpfen. Ich glaube, ich habe etwas verstanden. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehenbleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, warte auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Und vertrauen niemandem. Der Bourgeois spricht gerne von der Freiheit. Aber diese Freiheit ist nur für ihn. Nicht für euch. Sie sind der größte materialistische Denker. Sie sind der größte materialistische Denker. Sie sind der größte materialistische Denker.